Hallo zusammen, ich heiße Nina Patisson und bin Geschäftsführerin von Albrecht Bollmer GmbH & Co. KG. Seit über 70 Jahren entwickeln und produzieren wir Schneidemaschinen für die Schaumstoffindustrie. Uns ist als Firma Bollmer Familienunternehmen und einem Unternehmen, das wertebasierte Führung festgelegt hat, ganz wichtig, direkten Kontakt zu den Mitarbeitern zu halten. Dies wurde durch Corona erschwert und wir haben überlegt, wie kann ich den Kontakt zu den Mitarbeitern halten, wichtige Informationen transferieren, ohne dass wir uns treffen. Videobotschaften ist unsere Lösung. Ja und das ganz getreu nach eurem Motto, einfach mal machen. Am Anfang habe ich mir groß Gedanken darüber gemacht, wie soll ich die Kamera halten, wo soll ich mich hinstellen und jetzt zittere ich auch noch. Ja und dann ist es einfach so gewesen, ich habe im Unternehmen Informationen gesammelt und habe an den verschiedenen Orten meine Botschaften aufgenommen und diese an die Mitarbeiter weitergegeben. Und gerade, dass es eben nicht perfekt war, hat uns gezeigt, es war echt, nämlich genau echt die Bäumerwelt. Ja und weil das so gut angekommen ist bei unseren Mitarbeitern, haben wir uns entschieden, wir werden die Videobotschaften beibehalten und da danke an Aquatern übrigens, denn im Hack Nummer 7 habt ihr ja vorgeschlagen, Strategieplakate aufzuhängen und das werden wir auch übernehmen und so unsere mündliche Kommunikation mit einer schriftlichen oder visuellen zu unterstützen. Vielen Dank dafür! END给